MVG – ökologisch, sozial und wirtschaftlich Mobilität mit der MVG ist Klimaschutz pur. Denn jeder Fahrgast, der sein Auto stehen lässt und stattdessen mit den öffentlichen fährt, hilft dabei, weniger CO2 zu produzieren. Im Vergleich zum Auto stoßen unsere Fahrzeuge pro Person und Kilometer nur rund ein Viertel des klimaschädlichen Gases aus. In den Hauptverkehrszeiten sind sie sogar rund 13-mal klimafreundlicher als der Autoverkehr. Wir investieren in modernste energiesparende Technik. Alle Busse unserer Flotte sind mit Partikelfiltern und Katalysatoren ausgestattet. Bei unseren neueren U- und Trambahnen setzen wir auf Leichtbautechnik. Bei diesen Fahrzeugen wird der Energieverbrauch außerdem durch Rückspeisung von Bremsenergie reduziert. Beim Waschen unserer Fahrzeuge werden etwa 85% des benötigten Wassers in Rückgewinnungsanlagen aufgefangen, wieder aufbereitet und zusammen mit Regenwasser erneut verwendet. Unsere Gebäude und Anlagen sind energiesparend und umweltfreundlich ausgestattet. Seit Anfang der 90er Jahre nutzen wir Photovoltaik zur Stromgewinnung. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, wirtschaftlich zu handeln, sichere und gute Arbeitsplätze zu bieten und umweltschonende Mobilität zu ermöglichen.